Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Ist es ein Privileg, erachtest nicht als klein. Wenn du nichts weiter weißt, sich weiter als Falscher weißt und deine Philosophie, der nutzte Theorie. Auch wenn du nichts mehr glaubst, Erwartungen zurückschraubst und sagst an Gott, glaub ich nicht, sag ich dir, Gott glaubt an dich. Und er tut auch heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Und er tut dir her, heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. Legst du dein Leben hin, gib dir deinem Leben Sinn und macht dein Leben keinen Sinn, leg in dein Leben hin. Das wird ein Wunder sein, weder zu groß, zu klein. Lebe die Zeiten, Perspektive, Ewigkeit, denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Du dir her, heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. Du dir her, heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. Das wird ein Wunder sein, weder zu groß, zu klein. Lebe die Zeiten, Perspektive, Ewigkeit. Was wird ein Wunder sein, was wird ein Wunder sein? Keins ist zu groß, zu klein. Lebe die Zeiten, Perspektive, Ewigkeit. Denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Du dir her, heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Du dir her, heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. Untertitelung des ZDF, 2020